Drei IQ-Tests für deine Katze. Ist sie schlau oder dumm? Kann jeder ganz einfach nachmachen. Versteckter Schatztest. Schnapp dir zwei Plastikgefäße, in meinem Fall zwei unterschiedliche Becher. Lege ein Leckerli unter einen Plastikbecher, so dass deine Katze es mitbekommen. Wiederhole das nun zehn Tage und packe immer unter den gleichen Becher den Leckerli. Nach dem zehn Tag legst du ein Leckerli unter den anderen Behälter. Nachdem du enthüllst, dass unter dem Standardbehälter kein Leckerli ist, sollten schlaue Tiere grundsätzlich direkt unter dem anderen Becher nachschauen. Hundetest. Fülle Futter in einen Napf und schnapp dir eine schwere, aber nicht zu schwere Platte. Stell es auf den Boden und pack die Platte über den Napf. Verliert deine Katze nicht ihr Interesse, sondern schafft es die Platte zur Seite zu schieben, ist sie schlau. Rechentest. Gib deiner Katze ein bis zweimal pro Tag genau vier Leckerlis. Was bleibt dabei dir überlassen? Wiederhole das ein paar Tage lang. Schlaue Tiere können irgendwann mitzählen und wissen nach dem vierten Leckerli, das war's. Sprich gibst du ihr nur drei Leckerlis, sollten sie voller Erwartung vor dir sitzen bleiben. Und niemals vergessen, egal wie schlau oder dumm unser Tier ist, unsere ganze Liebe hat es trotzdem verdient. Ah? 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 Ah?